Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch. Heute mal eine ganze Runde mit Soldier. Gucken wir mal, ob wir nun waren, die was reißen können. Und ob ich mit Soldier halbwegs gut umgehen kann, wa? Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Hataki. So. Gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Ein Reaper auf jeden Fall. Und ein Hanso. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Wir haben auf jeden Fall dem Reaper schon mal gut eins mitgegeben. Okay. Den Reinhard mal nutzen hier. Oh, der Hanso ist fast down. Und jetzt ist eine Tracer hier am rumrennen, die uns nerven will. Oh, WTF. Was war das denn? Wo kommt die denn her? Also, der Reinhard meine ich. Oh, der Reaper muss uns jetzt auf die Eier gehen, wa? Oh nein. Ich darf nicht hier in der Nähe von einem Hanso rumrennen eigentlich. Wir suchen uns einfach mal links rum. Tracer. BTF. Lass das mal sein. Moment, Highground ist doch gut. Wieso gehen wir nicht auf Highground? Keine Ahnung, was meine Leute hier machen. Oh, Leute. Oh, 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 oh. Warum steht denn da eine Hane? Du doofe Kuh. Du doofe Kuh, die Jacken. Natürlich hat sie mich erwischt. Warum steht die denn auch alleine hier oben? Zurück im Business hier. Gucken, ob die Hane noch hier ist. Nein. Okay. Gut, die nehmen den Punkt gerade ein. Reaper kommt gerade nur. Haben wir nicht getroffen. Oh, ist gut geflogen. Okay, haben wir eingenommen. Ich verstehe nicht, warum die Leute mal weggehen, wenn man den Punkt einnimmt. Leute, wenn man drei Leute auf dem Punkt hat, geht das schneller. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Der schiebt dann auch schneller, wenn da drei dran sind. Und da noch keine drei dran sind, schiebe ich einfach mal mit. Oh Gott. Das hätte auch in die Hose gehen können. Lass das mal sein. Okay, den Hanse haben wir voll ins Gesicht geschossen. Hier rechts ist ein Hanse. Ne, eine Anna. Puh. Okay, haben wir gemacht. Ich habe zum Glück keine Granate geworfen. Die Anna jetzt weggegangen. Ne. Aus dem Schatten. Da ist der Reaper-Rentier irgendwo rum. Wären wir gehackt? Ah, wir werden gehackt. Lucio ist jetzt Zauberer. Ähm, wieso stehen die immer Afka rum? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. So, lass das mal. Wir gehen mal zurück in unseren Hill-Circle. Ist wirklich Zauber da oben. Ich kriege sie. Äh. Krieg sie. Komm schon. Ach, verdammt. Jetzt war ich zu fokussiert auf die Sombra. Ich hätte bestimmt mehr machen können. Aber ich wollte die Sombra haben. Kommt doch hier bestimmt gleich runter. Okay, das Ding ist nicht gehackt gewesen. Ne, das heißt, die war nicht hier. Okay. Hauptsache, wir haben die Anna. Die Anna steht immer irgendwo oben und wirft ihre Scheiße runter. Was ist das denn? Dann, dann kam Reeper. So, Zambra läuft da rum. Reeper auch. Ja, gut, alle da. Warum? Ach, und Hanso auch. Gut. Warum nicht? Ähm. Zambra hinten. Das klingt so, als ob sie hinter mir ist. Jawoll. Welche haben wir auch gekriegt? Vince räumt auch. Gehen wir mal hinten rum. Huch, warum sind meine Leute denn schon hier und das Auto ist noch da hinten? DTF? Ich höre hier schon wieder Reeper. Ist der da oben? Ach, der ist da oben. Tracer, äh, Sombra? Äh, lol. Sombra, what the fuck? Okay, haben wir gekriegt? Oh, und dann kommt die doofe Anna. Die Anna hat's echt auf mich abgesehen. Gehen wir da oben lang. Ich bin ja hoffen, dass ich meine Ulti bis dahin irgendwie krieg. Alter, was zur Hölle? Reeper. Dankeschön. Willst du hier? Lass das mal sein. Ich hab meine Ulti, aber mit der Diva hier am Arsch, wird das nix. Nee. Oh. Okay, dann gehen wir jetzt unsere Ulti reinwerfen, würde ich sagen. Ach, alle sterben am doofen Reeper. Was ist denn das? Sie ist doch nicht mal von oben gekommen. Lol. Der kommt jetzt aber von hier. Kommt durch den Treppengang wieder hoch. Wo ist der Reeper? Der ist doch hier irgendwo. Nicht dein Ernst. Okay, die sind beide da unten. Das heißt, kann eigentlich von hinten kommen. Einen haben wir. Schieb mal weiter, ne? Oh, fuck, Weeper. Wo ist er? Okay, Hansa haben wir auch. Wo ist Weeper hin? Ach, Mann. Da hat Anna mich gemacht. Ah, er hat sogar gesagt, Soldier Main Payload, weil ich einfach durchgerannt bin und dann alleine auf der Payload. Und die sich einfach nicht um die Payload kümmern. Geht's wieder hoch. War eigentlich super, was wir da gemacht haben. Oh, fuck. Jetzt wird's passiert. Nicht gut. Oh. Komm, ich geh jetzt mal den Weg. Oder auch nicht. Och. Ernsthaft? Das ist gerade nicht passiert, dass er noch gestorben ist. Das ist doch nicht dein Ernst, dass wir diese Kackdiva nicht down kriegen. Jetzt ist Weeper hinter mir. Was ich wegrennen konnte, jetzt war schon ein Wunder. Da ist er. Hier, ist das. Komm schon. Oh mein Gott. Play of the game. Können wir schieben? Lass das mal sein. Sombra. Oh, jetzt kommt der Tracer hier. Nein. Oh, ich wollte, dass die sich an mich dran heftet. Okay, nice. Lannogus. Lannogus. Wer auch immer den gekriegt hat, nutze ihn. Nice one. Nice one. Geht doch. Geht doch. Klar. 21 Eliminierung. Die letzte Ulti war super. Vielleicht haben wir Play of the Game. Nein. Ach ne, der Reaper hat ja einmal so doof aufgeräumt. Ach. Ach doch, er ist von oben gesprungen. Er ist aber noch rumgelaufen. Da hätte man mit rechnen können. Er ist noch vor euch rumgehüpft. Ach, wie doof. Und oben bin ich lang gelaufen, hat man gerade gehört. Ach, wie doof. Ist das in der nächsten Runde, wenn wir dann verteidigen müssen? So, herzlich willkommen zurück in einer Angriffsrunde auf Eichenwalde. Das letzte Match durfte ich nicht mehr verteidigen. Von daher gehen wir jetzt auf Eichenwalde angreifen. Das war also so das nächste in dem Match wo ich reingeworfen wurde. Hui, das geht nicht ab. Holy shit, die macht mich sofort. Oh, hat die vergessen, dass es hier einen Gang gibt? Wirkte so, ne? Oh, shit. Hab ein Problem. Kinas, wir haben ein Problem. Hier sind überall Türme. Okay. Defensivmatrix. Gut, einfach reinhalten. Was will denn die May da? Och, geht die mir auf die Eier. May und Diva. Weißt du? Stimmer geht's nicht. Wahrscheinlich wird das keine erfolgreiche Runde. Oh, komm, wir hätten den McQueen haben können. Oh, nice. Wird einfach in den Rest schon über. So, jetzt kriegen wir die, komm. Die haben wir nicht gekriegt. McQueen haben wir. So. Holy shit. Holy shit. Wo ist das Geschütz? Ist das ein Torb... In Torbion geschützt? Okay. Fuck. Kurz weg. Wie sie geboostet wurde. Die wollte mich sleep machen. Dann kam der Torbion auch noch. Jawoll. Jawoll. TF, bist du wahnsinnig, Mann. Bist du wahnsinnig. Oh, wir hätten sie fast gehabt. Hinter uns ist ein McQueen. Lol. Ich hatte so ein paar Steps gehört und dachte mir so, ah, die gehören nicht zu uns. Oh, danke, Brotok. Danke. Hättest du aber ruhig killen dürfen. Einten ist das Torbion geschützt. Ich hab's gesehen. Ich hab's getroffen. Ja, wir haben's erwischt. Und Genji haben wir geholfen. Das muss er noch jetzt aufstellen. Oh, Genji ist low. Oh, Genji, warum gehst du nämlich gucken, dass du ein Healthpack kriegst? Egal. Gut. Können wir jetzt bitte McQueen da im Backend entsorgen? Das war nice. So, oh, come on. Komm, die war aus dem Milchhaus. Oh, gibt's noch nicht. Die Symmetra ist schlimm. Mal hinschießen. Einfach da rein. Nice one. Okay, jetzt geht's ab. Holy shit, der Kackturm. Okay, nice, nice, nice. Wir haben gut aufgeräumt, Leute. Komm, push doch mal. Ich wollte gerade sagen, kannst du nicht resten? Fuck. Wie viel Damage er mir drückt. Hat er mir nur Headshots gegeben? Ah, Headshot und dann einmal ins Knie geschossen. Na gut. Fuck. Aber wir sind gut dabei, würde ich sagen. Wir sind gut dabei. Die Schilde, die hier lang kommen. Geht's oben lang. Ich hab meine Ulti zwar nicht mehr, aber wir gehen jetzt hier oben lang. Alter Vater, was war das denn? Metro kommt. Ich müsste Turm da entfernen. Mein Geld ist gesichtet. Ja, Torbjörn ist weg. Endlich. Och, endlich ist es weg. ganz feindgeschützt neutralisiert. Muss ich noch zusehen. Ich will die Zymaterra nicht kicken hier. Alles klar. Okay, ich weiß, wo das Ding ist. Leider krieg ich's nicht von hier angegriffen. Okay, nice. Sehr gut. Gehen wir da hoch. Wundert sich der Torbjörn. Warum ist mein Turm kaputt? Und ich trage den jetzt ein bisschen. Oh fuck. Ich sollte nicht zu nah an den Torbjörn ran. Okay, haben wir. Nice. Okay. Ich hab 5 HP übrigens heute. Ziemlich knapp. Ich schieße einfach mal durchs Loch. Hier sind schon mal ein paar Damage reingedrückt. Ein paar Punkte. Okay, jetzt geh ich hier nicht mehr lang. Geht's hier lang. With the payload. So, komm, den Turm kriegen wir doch jetzt down. Sehr gut. Nein. Ach, der hat abgezogen, damit er mich noch kriegt, ey. Der war nicht mal voll aufgeladen, glaub ich. Nee, ich war nicht mal richtig anvisiert. Ja, nice. Aber Hauptsache, er kriegt mich noch. Der Penner. Hier rechts war da auch noch was. Ach, Luck. Reines Luck. Ja, dreh dich zur Mercy. Peste. Oh, fuck. Okay. Wir werden jetzt hier hoch. Wer kommt mir hinterher? Keiner? Okay. Geht's nämlich nach oben. Oh, rechts hinter mir war was. Da ist auch was. Nein. Ach, der Lacker. Oh, wir sind bereit, unsere Ulti zu drücken. Oh, jetzt macht die Dings ihre Ulti, die Zaya. Und verkackt es. Ha! 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 Da muss die nicht mal gucken, dass der da steht. Holy fuck. Fuck, die frisst alles. Oh, und der Torben war hinter mir. Oh, es wäre aber so eine gute Ulti gewesen. Aber sie haben sofort gemerkt, wo ich herkomme. Aber dass wir die McRee-Ulti aufgehalten haben, war sehr gut. McRee mag uns, glaube ich, nicht mehr. So. Holy shit. Nein, der kriegt mich. Gegen Zen verliere ich, vor allem, weil jetzt hinter mir irgendwas kommt. Das ist nicht schon. Oh, ein bisschen Glück. Ich geh weg. Hui! Sich ausgesperrt. Okay, sehr gut. Nicht schon wieder. Wieso immer gegen dich, Mei? Ach, Mann. Und dann kam McRee auch noch. Wieso war die auf einmal da oben? Die hat sich noch ausgesperrt, gehabt. Wie ist die da hingekommen? Damit rechnet er nicht. Och nein, natürlich macht er jetzt den Kern. Oh. Genau in dem Moment. Was eine Runde. Egal, wir hatten ein paar gute Momente. Vielleicht haben wir Play of the Game. Nein, der Amazing. War der bei uns? Ja, der war bei uns. War das da, wo er alleine war? Wo er am Ende kaum noch AP hatte? Ich glaube, das... Nee, da waren wir alle da. Da waren wir alle da. Ach, Mann. Ich habe nicht mal eine Karte bekommen. Hier, aber hier, die hat richtig oft gerest. hat sie sich verdient. This was, what his name applies. Okay, Coins. Okay. Amazing. Aber wir haben hier verursachten Damage und Eliminierung Gold. Gut. Dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben und eine Bewertung, also überhaupt eine Bewertung da. Und einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Zug. Overwatch. Bis zum nächsten Mal. Zum zweiten Mal. Tschüss. Haut rein.